kann das nicht besser anzeigen vielleicht nicht Ich werde mit den Händen geholfen. Ich werde mit den Händen geholfen, aber ich werde mit den Händen geholfen. ich werde jetzt auto zerleger mein neuer job ich werde jetzt noch ein paar die und die 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 so jetzt wahrscheinlich das oder da können wir hier nicht noch und wir können über kreis anfangen ok und 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 ich weiß jetzt nicht ganz wo E Also ich hebe jetzt schon mal gar nichts. Ich glaube, ich bin es blöd dafür. Was ist mit dem Stellion? Nichts. Da kann ich nichts auswählen. Und die anderen Sachen sind hier alle rot. Hat das jetzt was gebracht? Ah. Ah. Hm. komplizierte sache wenn ich jetzt auch hier ja das spiel achtet das noch realismus ich glaube das war's das sieht auch gut aus so wenn ihr es per black paper schicken ich habe ich meine kamera ein bisschen gedreht und danke fürs folgen schließe fünf aufträge ab 155 ok auf träge meint wahrscheinlich kann ich auch mal machen dann gibt es dir ja den ladebildschirm ok wow cool tip simulador 2 habe ich das nicht eingestellt habe ich nicht eingestellt ups wenn du dann mal will simulador 2 jetzt ist richtig könnte ich noch was machen tausend audio zimmerwand kacke kacke alles kacke geschoss in verwendung wo kann ich fußboden ändern was geht bis jetzt komme ich klar ok ok schließe 5 ich habe hier nämlich noch mal ein paar an wenn es neue gibt und ähm äh nie da nicht ich vergiss mal wo das ist äh dann nehmen wir da das habe ich schon angenommen 112 und 111 und 106 äh system tief hier tief stil 25 gegenstand 0 von 25 kann nicht sein außer weil es nicht akzeptiert ist äh was gibt es denn noch schönes gar nichts ja dann nehme ich das ok dann nehmen wir wieder ab Madison Street ja weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich anpassen von Autos warum sollt ihr das machen ich hätte gerne ein anderes Auto schläfriger Tag ich hoffe ja nicht so ähm also hier drüben hat man noch mal eins hier sollten wir das Fenster aufschlagen machen ganz und dann nichts anderes und die sind natürlich da und sie läuft draußen rum schönen guten Tag denn hätte man von nebenan ist wieder da jetzt kommt sie zurück bitte sie nicht dass da eine Tür offen ist oh ich kann hier raus ok das ist erledigt hä aber eins von 25 von 5 hä warum das jetzt das war doch eine Aufgabe das war doch eine Aufgabe ich wurde sogar gerade angefahren öffne 15 Schlösser gut äh ich schau hier nochmal vorbei ok hier wird auf wo ich denn noch einen Auftrag ich vergiss mal die Nummern 106 ist Mission der Störgeln Stuhl haben wir schon äh wow hier sind wir durch 108 hier zerstöre die Waschmaschine in 111 und fangen wir da mal eben hin 111 111 ich komme 111 111 111 habe ich eigentlich noch was zum verkaufen ich mein Geld nehme ich immer oder nicht mehr nö ok ich komme später wieder ich komme später wieder ich muss erstmal 211 ich muss erstmal 211 Jetzt setzt sie sich da draußen hin. Ist das ihr Ernst? Moin. Um 19 Uhr geht sie. Wir warten einfach kurz. Und ich glaube, ich lasse es mir da kommen. Ich glaube, ich lasse sie so. Ich würde sie dann aber nur mal ein Stück wieder rüberschieben. Das ist, glaube ich, besser. So. Okay. Okay. Sie haut jetzt ab. Hat den Einbruch. Jetzt. Ich hau ab. Okay. Okay. Exactly. Bis zum nächsten Mal.